jetzt wird ganz anders knapp mehr jetzt kann ich noch ein Knopf zwei Kisten das einmal gut drin ich habe sowieso weiter die sind auf der anderen Seite sie sind auf der anderen Seite die andere Seite ist mir auch egal hab ich doch gesagt freut sich doch gesagt ja freu dich ich werde nicht gern bei der Gift geordnet ja hat mir doch gift grün 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 ist so eine schöne Farbe ich dachte du hast einen grünen Fimmel du kannst kein grün gesehen ich hab die grün sucht darum hast du mich doch auch guck doch mal eine andere Wissen grün mir wurscht du bist eine Ausnahme du hast alles grün das heißt du hast nicht na gut ich mag schöne Weikirn mit grünen Schwengeln mag ich er hat seine Meinung geändert ja ich kann mit angriffen ja mein dance move kann sogar angreifen da ich tanze euch zu Tode ich tanze euch zu Tode tanz des Todes da hat Käse gedroppt oh man immer frisst du mir den Käse weg hör auf zu tanzen äh 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 4 4 8 8 4 4 9 9 9 skeptisch 5 5 es ist 5 ja und auch durch die vielen Kisten an guck mal die vielen Kisten an ja mach doch auf ist mir doch egal kommst ja nicht nirgendwo Mainz 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 sehr gut Mainz er leckt mich durch Mainz ne nicht da jetzt Mainz drückst du jetzt mal auf den Schalter hier wieso ich warum muss ich immer alles machen für mich die Schlampe die hier drücken muss ja ich bin als klar da war ein Telefon da bringe ich mal ganz blöde Weise zum Boss ne mich noch gleich Ketten mach deine Kisten oh 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 Hilfe werde verfolgt von Verehrung wo war sonst oh Gott die mögen meine die mögen meine Brotox Bärchen Brotox Möpse ach die mögen kein Brotox verdammt dann wollen sie mich schulden deswegen ja ich lasse es nicht zu bis meine Sklaven ja genau tu mal was zu deinem Sklaven a da war er hier auch die Kameras wollte ich will in die Dorf ich bin aber da so was das jetzt Brot du hast es auch so nötig ne eben ich will kotzen nein boah kirkisch und durch weil ich kotzen muss ja es könnte ganz in den Weg und zurücklautschen naja geht's nicht ich könnte ganz in den Weg und zurücklautschen na sicher ja klar jetzt machen sie auf einmal auf ne jetzt auf einmal wo wir hier nochmal herkommen ich jetzt auf einmal kommen sie alle angetanzt wer war kommst ja gut wenn er hält ich wollte auch warum machen ich bin ich bin was machst du mit deinem Sklaven immer dann mach ich was der Wert doch ab lassen wir doch endlich töten meine Güte ja gut immer muss man ja das dritten Jo weiter tiefer in die Katakombe Kervo hast uns jetzt schon wieder hingebracht wie so ich Robert Rauk Bums ich hab auch Wumse mal und gemacht kein P2 Bums machen ich hab jetzt gar nicht mehr ich will die Sterben doch doch auch gehrt und wie sie vor Ort aus ihr wer sie verdammt das was ging best wenn sie so war ja doch noch el du hast ja nehmen die 16 mal ist also passen wo sie suchst du du bist er geholter warte mal das war falsch er Eger das war die großen Sprache bei uns ich kann auch nicht wissen ich glaube hier drauf ich glaube hier drauf ich glaube ich glaube ich muss dringend etwas essen aber ja ich fress doch schon ich fressen wir schon die Haare vom Kopf von Tobemsen wenn sie kommen Millionen Fick dich du musst was essen Fick dich spiel du musst was essen Fick dich trotz dem Spiel du musst was essen du Schiffskurz und Tod jetzt ist was ja komm her ich bin jetzt was ja ich esse doch schon was komm her komm her komm her danke ich suche mal einer da ey lass mir auch was übrig da ist ein Käse friss den Brot sind die Kisten? sicher? ja warum bist du die da so sicher? weil ich den Baum schon gesehen habe Auer das haust du dich auf ich habe mich nicht auf dich zu hauen Teleport schon wieder und schon wieder ein Sackgasser da das halte ich mir gerucht ja und auch nö da ich kann nicht werken wow was denn das Oberst ja das sind das sind für Diener aber das ist Rolle und dies die sind auch grün kannst du die kannst du dir auch nicht leiden die die Kämpfe gegen die Kämpfe gegen aber da lassen wir können nähe das ging ja keine Erfahrung ja genau eben deswegen auch ich kann nichts mehr mampfen ich bin voll gemampft geh weg Generator, danke Hilfe die Generatoren sind auch immer anders aus nein, wir haben auch immer besser ausgesehen tot was machen wir hier eigentlich? was ist unser Sinn? was ist der Sinn dieses Spiels? tot, gegen tot, 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 schlachten aber, tot, schlachten, ja so, legen wir eine Pause ein um den gefallenen Gegner einen ehrenvollen Tod zu geben die gefallenen Gegner können mich mal nein, das heißt das heißt dann in der Zeit während sie beten treten in die Alien Bastarde in den Arsch das ist aber nicht nett also, wo hast denn das? Spabs der Hausmeister, wo er mit Turk sein Computerspiel spielt ach so, stimmt jetzt leckt mich der Troller ja die Arme toller haben den nix getan und du tötest sie einfach die kommen aus den Höhlen gekrochen hier auch so ich komme aus den Höhlen gekrochen hier so respawn mäßig und so das ist aber nicht ja, dann sollten wir mal weiter, glaube ich guck mal ein Drake an wie der Drake laufen kann noch mal hier war oh, Feuer, yeah diesmal ist Feuer das ist Feuer ich dachte das wäre Gift gewesen komisch hm oh Gott, da ist doch doch noch Boss hallo, 6 Sünder oberme ober-mega-treu Yoda keine Ahnung was mit Vieh da hinten ist ein Troor da ist wahrscheinlich tot drin nein, das ist gar tot drin der Berater wurde zu einem großen Troll hässlich und unermesslich ohaaa gereimt haha stark heide des Kaisers Sünde und erhalte Zugang zur Unterwelt yeah wollen wir wirklich in die Unterwelt? ja sicher großer Troll, wie einfallsreich warum wollen wir in die Unterwelt? haha, geh weg ich hätte ne Idee, wie wär's denn wir die Truhe aufmachen weil die geht nur aufzumachen in dem Kampf weil die machen wir weg, die sind alles jetzt komm mir her ja, ich komm doch schon Waffe verbessert noch ein größerer Schwengel boah, was hast du so einen richtig großen Schwengel habe ich jetzt jetzt geht's erstmal richtig los was hast du für ein riesen Ding, ey oah, oah au ich müsste dringend mal was ich muss was essen ich muss was essen genau ich hab hunger nö 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 nö